Dein erster Kampf, du bist schon Box-Fan und jetzt hast du auch die Hoffnung, endlich mal so ein bisschen mehr Zeit zu haben zum Gucken, ja? Ja, wir sind des Öfteren schon eingeladen worden, aber wir konnten nicht. Wir waren ja noch voll berufstätig und da hinkt es sehr schwer. Du machst natürlich weiter. Wir haben gerade über die Zukunftspläne von Dominik Böse gesprochen und auch du hast noch ein bisschen was vor. Du bist jetzt solo unterwegs dann, ne? Ja, ich bin solo unterwegs und wir haben schon zwei neue Projekte ausprobiert, die in der Erprobungsphase sehr gut gelaufen sind. Und ich würde mich freuen, einige der Fans oder viele der Fans, die wir hatten, auch Außenstehende sind herzlich willkommen einzuladen in die Shows, die wir dann machen. Und es wird sehr spannend. Sehr schön. Und die Zukunft von Ihnen, die kann übrigens ein bisschen Kohle beinhalten, denn Sie gewinnen ja jedes Mal, wenn wir gemeinsam boxen, 500 Euro Preisgeld. Am Montag um 6.50 Uhr ist es wieder soweit in der MDR Jump Morning Show. Bereiten Sie schon mal auf die entsprechende Frage vor. Wir werden nämlich fragen, von wo aus haben wir denn heute Abend gesendet? Und vielleicht gibt es jetzt nochmal den Hinweis, von dem man das weiß, denn der ist ja da. Von wo aus senden wir? Wir senden aus Halle. An der Saale. Die Sporthauptstadt in diesen Tagen. Morgen ja auch das große Derby von hier, Halle gegen Magdeburg. Also da wartet noch ein bisschen was auf uns. Und heute Abend werden wir noch ein bisschen feiern, ne? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Hier geht es weiter, aber du musst noch ein bisschen arbeiten, René. Genauso ist es. Wir senden noch bis 1.30 Uhr.